hallo herzlich willkommen heute mal ein kleines video zwischendurch wir hatten die firma böcker mit dem glukon system bei uns im haus und haben uns geschult und im anschluss seht ihr ein kleines video speziell zu dem glukon premium plus viel spaß damit ich muss das natürlich sofort und richtig ansetzen jetzt komme ich von der seite so dass ich das hier wirklich anbringe also blasen frei das ist nur die fixierung und jetzt muss ich druck aufbringen und das geht es bei so einem teil ich könnte das jetzt mit einer vakuumpresse wenn ich sowas hätte dann rein legen und dann ziehe ich den sack einmal zu dann wäre das auch fest aber in dem fall habe ich die jetzt nicht und mache das hier mit dem hammer jetzt jetzt ein bisschen laut das ist die erste schicht und den klebstoff macht das hier auch nichts aus dass ich jetzt hier aufhauen das spielt keine rolle der ist trocken und jetzt kommt die nächste schicht und dann setzt sich die da ein so das war's und jetzt machen wir die abschluss schicht und die rollen wir an weil sie empfindlich an der oberfläche ist sechseinhalb minuten fertig wenn ich das jetzt heran halte habe ich ein bisschen spiel das material bedingt das hätte ich bei weißlam aber